Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück und mit guten Sachen heute. Es gibt endlich wieder den wirklich mit Abstand besten Modus eigentlich, den wir in Warzone, Caldera, Verdansfuer, Rebirth, Alcatraz jemals hatten. Und zwar Iron Trials. Ihr erinnert euch vielleicht dran, einige von euch werden es gespielt haben. Fast jeder, der es gespielt hat, der auch nur zwei Daumen hat, hat es mega gefeiert. Gerne würde ich euch heute noch den Sponsor des heutigen Videos präsentieren. Und zwar, ich bekomme pro Woche ungefähr, weiß ich nicht, mittlerweile 10, 15 Anfragen von Firmen, Unternehmen, ob man irgendwie auf dem YouTube-Kanal, auf dem Stream-Kanal, auf Twitch Werbung machen möchte. Und ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil irgendwann sieht man aus wie so eine laufende Lymphassäule. Und ich mache das auch nur da, wo es jetzt wirklich lohnt, weil es was ist, was ich gerne präsentieren möchte. Und in dem Fall möchte ich euch gerne heute Opera GX vorstellen. Ich bin ja vor kurzem auf Warzone Rebirth auf dem PC umgestiegen und habe ein PC-System. Das heißt, ich streame und spiele, nehme auf über ein PC und komme in Rebirth mit normalen bis Low-Einstellungen auf ungefähr 170, 180 FPS. Sobald ich aber einen Stream anmache oder eine Aufnahme über OBS starte, zieht natürlich das gesamte Streaming sehr viel. Was bedeutet, ich komme in Rebirth noch so auf 130, 120 FPS. Manchmal so ein bisschen weniger. Nicht konstant genug, dass ich sehr, sehr glücklich damit bin. Und ich habe aber den Tipp bekommen, Opera GX zu probieren und habe dazu die Werbeanfrage bekommen und habe das Ganze mal ausprobiert. Opera GX gibt euch die Möglichkeit, dass ihr einfach begrenzen könnt, wie viel CPU, wie viel RAM soll vom Browser genutzt werden, während ihr am Zocken und Streamen seid. Und gerade ich brauche, ich habe hier mittlerweile vier Bildschirme. Ich habe mein Game offen, ich habe den Chat offen, ich habe Stream-Elements offen, mein Stream läuft nebenher noch. Super viel Sachen, die Ressourcen verbrauchen, aber die nicht den gesamten CPU mit allen Kernen wirklich nutzen muss. Das heißt, ich kann für mich begrenzen, wie viel soll YouTube-Videos, die währenddessen laufen, weil ich sie mir angucke, oder, oder vom Stream an und für sich die Performance nehmen. Wie viel soll vom Game die Performance nehmen. Opera GX hat noch ein paar andere Sachen, die ich mega geil finde mittlerweile. Ich kann WhatsApp, Discord, Twitch, alles auf ein Icon links in meine Task-Leiste setzen. Und mit einem Klick komme ich auch während des Streams, wenn ich gerade mir jemanden schreiben muss oder so, direkt auf die Sachen drauf. Und die letzte Option, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, und ich werde jedes Mal im Stream dafür angemacht, die meisten Homepages kommen nicht als Dark-Mode-Edition. Das heißt, wenn ich Google aufmache oder sonstiges, bekomme ich andauernd erstmal ein weißes Bild, was unglaublich hell und grell ist. Es gibt in Opera einen Dark-Mode-Erzwinger. Das heißt, ihr klickt da einmal drauf, ihr seht das hier auch, und jede Homepage, die ihr ab jetzt öffnet, wird automatisch nur im Dark-Mode geöffnet. Ihr braucht es nicht mehr einzeln machen, ihr braucht nicht mehr vorher gucken, wie es aussieht. Es wird euch einfach viel abgenommen, dass ihr euch konzentrieren könnt, Gaming zu betreiben, damit ihr zocken könnt, Spaß haben könnt, ohne euch darum kümmern zu müssen, was währenddessen mit eurem Browser passiert. Von mir, Leute, gibt auch einen Link unten, wenn ihr euch den downloaden wolltet, der ist natürlich kostenfrei. Finde ich sehr, sehr geil, ich benutze ihn jetzt seit anderthalb Wochen und werde ihn auch behalten. Ihr habt im Prinzip mehr Leben, ihr seid nicht One-Hit-zu-Snipern irgendwie aus jeglicher Entfernung. Ihr habt generell, jetzt in Rebirth Iron Trials hat man Duos aktuell nur, hat man ein Gulag, anstatt dass man, wenn man stirbt und das Team noch lebt, man eben nach ein paar Sekunden wiederkommt, so wie ganz normal Rebirth funktioniert. Und in Iron Trials damals war es eben auch schon so, ihr bekommt kein automatisches Loadout, ihr müsst euch das Loadout kaufen, es gibt anderen Bodenloot und, und, und. Das heißt, die gesamte Erfahrung mit einer viel höheren Time-to-Kill oder niedriger, nee, höheren Time-to-Kill als das, was wir eigentlich kennen. Und ihr seht so ein bisschen im Hintergrund, wir haben ein paar Runden da gespielt. Und da kommt jetzt erst das Gute und dann auch noch das Negative dazu. Kommen wir zu Iron Trials zurück. Also, damals Iron Trials hat wirklich von Streamern, Spielern, Zuschauern, sonst was richtig, richtig Props bekommen. Da haben sie einen richtig geilen Modus rausgebracht. Und weil Activision ein Haufen voller inkompetenter Affen ist, haben sie was gemacht, nachdem die ganze Community Iron Trials gefeiert hat. Richtig, sie haben es nie wieder rausgebracht. Es kam einmal raus, eine Featured-Playlist und danach kam es nie wieder. Das macht gar keinen Sinn für mich, Leute. Da ist es auch egal, ob Skill-Best Matchmaking oder anstrengende Lobbys oder, oder. Ihr seid nicht so schnell down zu wirklich Schwachsinn. Ihr habt Chance, Leute wirklich zu outplayen. Und das seht ihr auch so ein bisschen im Hintergrund. Richtige Gun-Fights sind Gun-Fights. Es kommt wirklich drauf an, nicht mehr, wer schießt zuerst, sondern wer hat vielleicht das bessere Aim, die bessere Position. Wer ist im Slide-Cancel, wer hat vielleicht die Kamera vom anderen gebrochen und, 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 und. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Jetzt kommt aber eben der Negativpunkt. Es gibt hier in Rebirth, es ist ja diesmal erstmal nur Rebirth Trials, ein oder eigentlich zwei Probleme. Das erste, die haben so einen ganz billigen Gulag da reingebracht, der mir überhaupt nicht gefällt, der viel zu dunkel ist. Da verstehe ich einfach nicht, warum man es nicht so macht. Anstatt diesem Gulag für euch, ihr müsst euer Teammate wieder kaufen, wenn er gestorben ist, wenn ihr genug Geld habt, könnt ihr ihn kaufen. Genauso wie ihr eben aber auch Geld für Loadouts ausgeben müsst. Ihr kriegt es nicht umsonst nach ein paar Minuten, zweimal insgesamt. Und was auch dazu kommt, ihr sammelt viel weniger Geld auf dem Boden ein. Das heißt, das Ganze ist viel mehr competitive als das, was sonst Rebirth normalerweise ist. Jetzt kommt aber das, was mich wirklich nervt. Warum bekommt man nicht einfach Wiederbelebung oder eine Chance zum Wiedereinstieg, anstatt einem Gulag, der zu dunkel ist, der auch gefühlt innerhalb von zwei Minuten von den Praktikanten hergestellt wurde. Es macht für mich gar keinen Sinn. Und Leute, ich weiß, einige von euch mögen Rebirth Iron Trials. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es mögt. Es geht nur um meine Meinung und ich will ein bisschen zeigen, wie man es deutlich besser hätte machen können. Auch wenn Activision natürlich nicht auf mich hört, aber das dürfte keinen mehr überraschen. Das Zweite, was mich richtig, richtig stört daran, und das stört mich eigentlich am meisten, um ehrlich zu sein. Warum nur Duos? Warum gibt es nicht Caldera mit Iron Trials? Warum gibt es nur Rebirth Iron Trials Duo? Warum nicht als Trio? Warum nicht als Squad? Gerade Iron Trials Squad ist ein so bombastisch geiler Modus. Wenn ihr mit drei richtig geilen Kumpels von euch oder Kumpelinen zockt und alle haben mehr Leben. Es gibt richtige Gun-Fights, die länger als eine halbe Sekunde gehen, weil die Time-to-Kill höher ist. Ihr habt doppelt Leben, alles mögliche. Wisst ihr, wie geil es ist, wenn man da taktisch vorgeht oder wenn man eben auch meinetwegen zu viert voll draufhaut und ein Team auslöscht? Ein unglaublich geiles Gefühl und ich bin ein riesen Fan davon. Es gibt aktuell nur Rebirth Duos. Das macht für mich gar keinen Sinn. Das ist wieder überhaupt nicht durchdacht. Das ist einfach wieder reingeschmissen. Gucken, wie es ankommt. Obwohl sie wissen, wie es ankommt, weil es eben in Verdanz so schon gut angekommen ist. Jetzt hat man es ein bisschen geändert. Das Grundprinzip ist aber dasselbe. Und dazu kommt, was ich auch nicht verstehe, anstatt in Caldera, was sowieso schon weniger spielt, Leute dafür zu interessieren und dort Iron Trials auch einzuführen, haben sie folgenden Switch gemacht jetzt vor kurzem. In Caldera habt ihr jetzt 50 Leben mehr. Das heißt, ihr habt 50 mehr Leben. Time to Kill soll dadurch ein bisschen erhöht werden, weil es zu schnell ist. Ja, erinnert euch an das Video von mir, als sie berichtet haben, dass die ADS-Time, wie schnell ihr im Scope seid, langsamer werden soll, damit es ausgeglichener ist und damit die Leute nicht so schnell sterben. Da haben alle damals gesagt, es sorgt doch aber nur dafür, dass die Leute, die eh passiv spielen und campen, sowieso im Vorteil sind. Weil wenn wir aus dem Sprint erst zielen müssen, während ein Camper irgendwo steht, die Time to Kill bleibt ja die gleiche. Ich brauche aber länger, um ihn zu töten. Ich muss ja die Time to Kill der Schüsse berechnen und die Zeit, wie die Waffe braucht, damit sie im Scope ist. Das heißt, es hat gar keinen Sinn gemacht, dass sie das geändert haben. Haben sie auch über Vanguard, Cold War und eben Caldera Warsong gemacht. Und jetzt kommt noch dazu, dass sie einfach nur das Leben um 50 erhöht haben. Und das Problem daran ist folgendes. Alle Waffen sind ja irgendwie auf ein Maß gebalanced, dass es eben Sinn macht, dass die Time to Kill ungefähr, auch wenn es immer wieder Ausläufer gibt, weil sie inkompetent sind, zu schnell sind. Dadurch, dass man aber die Waffen so gelassen hat und nur das Leben einfach um 50 erhöht hat, sorgt es jetzt für folgendes. In Rebirth Iron Trial zum Beispiel gibt es eine neue Meta. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. G43 SVT. Ihr könnt euch später bedanken. Probiert es mal, Leute. Das Problem als auch, einige Waffen brauchen jetzt einfach ein Schuss mehr. Zum Beispiel die BAR, die mit Aufsätzen über 50 Schaden macht. Andere Waffen brauchen aber drei bis vier Schuss mehr. Was eben das Problem ist, man hat die Waffen nicht geändert, sondern nur das Leben in Caldera. Und das, Leute, ist wieder so unfassbar dumm und so unfassbar kurz gesichtet und null nachgedacht und nicht mit der Community gearbeitet. Und ihr glaubt oder ihr braucht nicht glauben, dass bei Raven Software oder Activision oder wer auch immer da jetzt verantwortlich ist, jemand auf die Idee kommt oder sich es auch nur vornimmt, dass eben die einzelnen Waffen in Caldera gebalanced werden. Das wird nicht passieren. Was passieren wird? Wir werden jetzt so erstmal weiterleben müssen. Ihr werdet jetzt in einer Woche ungefähr hören, dass die Season 3 sich verschiebt. Was gar keinen mehr wundern sollte. Ich habe den Multiplayer sowieso aufgegeben. Sie haben nämlich im Battle Pass Timer, wo immer steht, bis wann der Battle Pass durchgespielt sein muss, vorgestern aus 33 Tagen 50 Tage gemacht. Haben sie natürlich noch nirgendwo verkündigt. Warum auch? Wenn man es jetzt schon weiß, warum soll man es jemandem sagen? Das werden wir höchstwahrscheinlich wieder nächste Woche erfahren. Vanguard, ganz ehrlich, ist tot. Warzone Caldera ist tot. Rebirth ist mit dem Skill-Best Matchmaking mehr anstrengend. Mit den Cheatern habt ihr auch schon gesehen als alles andere. Es wird aktuell leider nicht besser. Und ich freue mich, dass Iron Trides in Rebirth zurück ist. Das macht für die Abwechslung Spaß. Aber ich wünsche es mir als Trio- und Squad-Modus. Genauso wünsche ich es mir für Caldera, weil das mal ein Grund wäre, Caldera zu starten. Ansonsten geht mir Caldera auf den Sack. Und viele Fragen von euch, ob ich mich auf mw22 freue. Und all die Sachen erzähle ich mir im anderen Video. Ich sage nur so, wer sich wirklich auf irgendwas bei Call of Duty aktuell freut, hat die letzten Jahre nicht gelernt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Ich bin raus.